Moin moin, ich bin's wieder, euer Gerard aus Damage und ich habe hier ein Booster für euch. Eine schnelle Runde. Ja, so sollte doch ein Booster-Opening aussehen. So hat man doch ein Booster gesaved. Nicht. Okay. Scheiße. Egal. Mir bleibt nichts anderes übrig. So, wir haben hier ein Gramocles, ein Meditier, ein Rotomorf, ein Knelt, ein Meral, oh, ein Zapplalek als Rare Reverse und als Rare, alter Stoll aus iX. Very nice. Dann ein Duocles, Professor Birks Beobachtung und ein Landturm. Das ist echt krass. Nice. Ja, das war's auch schon für dieses Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Gerard aus Damage verabschiedet sich wie da immer. Mit einem lauten Schimmel und ciao mit Frau.